So, äh, ja, nach einem kurzen Spielpazzer, Abkacker, Scheiße, Dreck, sind wir wieder. Ja, der Spielpazzer kam ja von dir. Was denn? Ja, nee. Es ist schon nicht so einfach, wenn man keine Cheats mehr drin hat, dann zu überleben, ne? Halt's auf. Ne, 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 ich saß sie nur. Nein, es ist einfach scheiße, weil, äh, ich bin gerade, ja. Du hast kein Cheat mehr drin. Ja, ich wollte's dir nur beweisen, dass ich nichts mehr drin hab. So, jetzt würde ich mehr Gebiete. Oder ich, oder ich, äh, flieg hoch ins Militärlager, fahre mit dem Panzer runter und das ist die Sache geregelt. Ja. Ach so, ich, äh, jetzt, jetzt versteh ich. Du wolltest die Ankündigung machen und dir dann ein paar so wieder cheaten, ne? Äh! Das ist ein lustiger. Jetzt gehört das Gebiet wieder nicht mal uns, äh, Scheiße. Nein, ich hab ja gesagt, du hast, du hast, äh, ne? You wanna get fed out of your blood? Hey, you heart! Ich geh wieder in die Einfahrt mit rein. Oh, der ging ein bisschen zu weit. Jawoll, der saß. Da muss auch noch der andere Typ hier rechnen. So, die anderen, die kannst du ja dann erwarten. Nö. Die kommen ja dann wieder, oder? Ich hab keine Geduld. Ach so, ja, das ist mir ja auch klar. Hey, hallo? Ja, jetzt, what's up? Woll ich die noch überkarten, oder was? Die hat schön gestoppt. Was ist denn? Äh! Nein, nein. Du bist auf die Waffe. Boah, alle auf einmal, Alter. Das war ein Strike, ey. Da kommt die dritte Welle. Ah, ne, das... Ne, jetzt hast du nur Ante zerstört. Aieieieiei! Ahem. Hallo. Wieso rennt ihr weg? Ja, die haben Schiss. Ich wollte die sterbsten. Schon wieder auf die warten, diese Idee. Herz. Was? Meinst du? Ja, die rennen immer im Kreis, die kommen dann unten wieder an. Hast du sehen. Ja, und jetzt wartest du so lange hier, oder was? Ja, kannst du dir ja mal hier die Architektur angucken und, äh, gucken wo vielleicht nochmal die Rüstung liegt. Da gibt's wieder eine, und, äh... Die Architektur. Äh, ja, also in der Darmologie kennst du dich ja besser aus. Hat dein, hat dein Freund die Prüfung eigentlich auch bestanden? Erstens, ich hab keinen Freund, ich weiß zwar wen du da meinst, aber, ähm... Bitschi! Ja. Wiste? Ja. Mal gleich drüben weiter. Ich... Sicher? Ja. Das war vor uns auch so, dann kam der Angriff und du hast dich wieder erschießen lassen. Ich lass mich wieder erschießen. Ich lass mich wieder erschießen. Dieses Mal nicht. Ach, du bist so faul zum Laufen, ey. Äh, ich geh speichern. Hatt ich's nicht gesagt? Ich geh speichern. Komm, welches finde ich? Ich seh's gar nicht. Es ist gar nicht angezeigt. Ja, ne, ganz gut wahrscheinlich. Dann geh ich jetzt speichern. Ja, ne, ganz gut. Ja, ne, ganz gut. Ja, ne, ganz gut. Ja, ne, ganz gut. Ja, das ist ne Scheiße hier, ey. Ja, den, den ist ja spätestens, wenn ich drauf gekommen wär, dann, äh, dann hätte ich ihn gebracht. Den hätte ich ihn, dann hätte ich ihn gebracht, ey. Oh, aber der war geil. Der war geil. Der war geil. Der war gut. Also, es ist ein kleiner Insider. Ja. Und ich glaub, äh, die, die ihn kennen, wissen, dass er ein Arsch ist. Ja. Ja. Ein Arschitekt. Ja, ja. Arsch. Großgeschrieben. Aber mit Caps Lock, ja. Alles. Alles großgeschrieben. Ja, ja. Caps Lock. Caps Lock. Jetzt hier runter. Da ist ja nicht so schlimm. Das geht nicht. Und wie das geht. Langsam, langsam. Ganz langsam. Ich kann auch stehen bleiben. Wenn du das möchtest. Sehe hier oben diese scheiß kleinen Gebiete, die... Das ass ich... Na, dann machen wir das klein. Ja, ja. Ah, nein, nein. Ja, ja, blablablabla. Gut, äh, ich platziere Weidel mal. Was ist hier unten? In der Tiefgarage. In der Tiefgarage. Und dann kann er von der Tiefgarage... Ich meine, eine Rüstung wäre jetzt auch noch geil gewesen. Eine Rüstung wäre jetzt auch noch geil gewesen. Ja, dann kannst du gleich die Typen da vorne umbringen und dann hast du eine Rüstung. Das ist super, aber die kommen gleich hier hoch, das ist scheiße. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen. Hast du Klopps im Mund, oder was? Alles klar. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Nee, Polypen in der Nase. Also, ciao! Ciao!